Ja, herzlich willkommen liebe Freunde zu meinem nächsten WoW Mount Guide. Nummer 3 ist es diesmal und wir widmen uns mit allen Kräften den Raid oder halt Schlagzugsreittieren, die wir bekommen möchten. Meistens liegen diese bei den Endbossen irgendwo begraben und wir müssen sie mit extrem viel Glück looten. Also auch hier gleich wie bei den Dungeon Mounts aus vergangenen Tagen, extremes Glück ist vonnöten. Das heißt, ihr könnt schon mal Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre lang immer wieder probieren, die Mounts zu bekommen. Und ihr kriegt sie einfach nicht, aber trotzdem sehen wir uns einfach mal an, welche es gibt. Bedenkt natürlich, gerade bei den Dungeon Mounts war es ja so, konntet ihr einmal pro Tag da hinschauen und probieren. Bei den Raid Mounts könnt ihr das nur einmal die Woche und wenn ihr jetzt halt auf dem europäischen Server unterwegs seid, könnt ihr es jeden Mittwoch wieder neu probieren. Ja, wie immer bei meinen Mount Guides folgendes, was ich euch zeigen möchte. Welche Mounts gibt es? Wo ist der Eingang zum besagten Raid und wie komme ich da als Horde oder Allianz Spieler am besten hin? Ja, wie üblich werden wir die Addons mounttechnisch einfach der Reihe nach durchgehen. Bedeutet, wir würden eigentlich bei Classic beginnen, da gibt es aber gar keine Raid Mounts. Wir gehen direkt zum zweiten Addon und zwar zu Burning Crusade und fangen mit dem Raid Karazan an. Da holen wir uns das erste Mount. Bitte nicht mit dem Karazan aus Legion verwechseln, das ist ja der Dungeon. Wir wollen wirklich in den Raid aus Burning Crusade seiten. Ist derselbe Ort, wie kommen wir also dort hin? Seid ihr Allianzler, ist der Gebirgspass der Totenwinde, wo eben Karazan liegt, sehr leicht zu erreichen. Ihr könnt nämlich von Sturmwind einfach da runterfliegen. Ihr seht, da habt ihr nicht weit. Und wenn ihr Hordler seid, könnt ihr als Allianzler natürlich auch machen, das Portal in der Hauptstadt, also Orgrimma oder Sturmwind, zum dunklen Portal verwenden und von dort eben hochfliegen bis zum Gebirgspass der Totenwinde. Auch hier noch kurz aufpassen, nehmt den Fronteingang an der unteren Seite des Turms, denn der obere Seiteneingang ist ja wirklich für Karazan aus Legion-Zeiten. Warum tun wir uns das Ganze an? Karazan besuchen wir eigentlich nur aus einem Grund. Wir wollen uns hier die Zügel des feurigen Schlachtrosses holen, also die alte Version. Es gibt ja eine HD-Version, sagen wir jetzt mal, aus Legion, aber das ist wirklich die originale Version. Viele Spiele haben die nach wie vor noch nicht und möchten diese noch holen. Und auch wir probieren das natürlich. Ja, Karazan geht relativ schnell, denn da müssen wir ausnahmsweise gleich mal nicht alle Bosse durchlaufen, sondern können direkt reinlaufen beim Raid. Hier der Eingang, hier der Boss, der uns das Mount droppt. Und zwar Atomen, der Jäger hat dieser das Mount nicht, brauchen wir uns die anderen Bosse gar nicht erst antun. Wir können direkt raus und weiter auf die nächste Mount-Suche gehen. Ja, unser zweites Reitier, was wir aus den Raids von Burning Crusade holen wollen, befindet sich im Schlachtzug das Auge. Und zwar hier bei dem Endboss Keltas Sonnenwanderer. Wir sprechen vom Mount Alas Asche. Sieht nach wie vor sehr cool aus. Hat wirklich schon einen fast legendären Status im WoW. Aber wie gesagt, es muss der Endboss gelegt werden. Ist ein bisschen langwierig, aber geht ja alles sehr schnell, da wir uns im Burning Crusade bei Stufe 70 Gegnern befinden, die wir als, ja, Maximalstufencharakter gar nicht mehr spüren so richtig. Wie kommen wir denn am besten dorthin? So, als Allianz- oder Horde-Spieler würde ich euch eigentlich generell empfehlen. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber für Einsteiger nehmt das Allianz- oder halt Horde-Portale der jeweiligen Hauptstadt zu der Stadt Shatrat. Und von dort aus, von den Wäldern von Terrorcar, hier befindet sich Shatrat, fliegt ihr einfach hoch zum Netasturm. Und hier diese riesige Festung ist dann der Eingang zum Raid. Mount Nummer 3 auf unserer Liste gehört schon zum nächsten Addon, und zwar Wrath of the Lich King. Wir sprechen von den Zügeln des großen schwarzen Kriegsmammuts hier, und zwar bei dem Raid Achavons Kammer. Dieser Raid befindet sich in Nordend, auf der Insel Nordend. Am besten kommt ihr dorthin, indem ihr sowohl als Allianz-Spieler als auch als Horde-Spieler das Portal nehmt zum alten Dalaran, und zwar von eurer Hauptstadt aus. Das bringt euch in den Kristall-Sangwald, dann geht es runter nach 1000 Winter, und dort direkt, wo ich mich jetzt hier befinde, befindet sich der Eingang zur Achavons Kammer. Bedenkt, dass 1000 Winter ist eine PvP-Zone, das heißt, ihr werdet hier automatisch abgemountet, aber, das ist ja halb so wild, einfach zum Haupteingang hin. Ihr seht ihn hier, dort oben das Portal benutzen, rein die Bosse legen und hoffen, dass ihr das Kriegsmammut bekommt. Ja, für die nächsten beiden Reittiere müssen wir uns in den Ein-Boss-Raid begeben, und zwar zum Auge der Ewigkeit, dort Malygos umhauen, und mit etwas Glück gibt es den Zügel des Azurblauen Drachen, gefällt mir persönlich besonders gut mit den Tätowierungen, oder einfach den Zügel des Blaudrachen. Ja, beides lässt eben derselbe Boss liegen, das ist halt, wie gesagt, nur ein Ein-Boss-Raid, geht also auch relativ schnell, wie kommen wir dahin? Und zwar sind wir hier im Gebiet Boreanische Tundra, beim Nexus, links, ihr seht hier den Cursor. Wichtig, nehmt entweder das Portal eben wieder zum alten Dalaran von Orgrimmar oder Sturmwind aus, fliegt dann rüber, oder verwendet das Schiff von der Allianz beispielsweise, zur Boreanischen Tundra. Ich persönlich würde nach wie vor noch das Portal empfehlen, weil das ist einfach gleich vor Ort, da müssen sie ewig auf das Schiffchen warten, und dann rüberfliegen. Wichtig hier, das ist der Nexus, und der hat eine Menge Dungeons und einen Raid-Eingang, und damit wir auch den richtigen verwenden, das ist der Raid-Eingang, zum Auge der Ewigkeit, und dort unten befinden sich dann auch Dungeon-Eingänge. Schaut wirklich, dass ihr hier den Raid-Eingang erwischt. Die nächsten beiden Drachen-Mounts wären im Obsidian-Sanktum zu finden, beim Endpost Sartarion, je nachdem, ob ihr 10er oder 25er lauft, also Zwielicht, Drache oder Schwarzer Drache. Das ist in meinem 100% Mount Guide schon dabei gewesen, denn das sind wirklich 100% Drops, die bekommt ihr auf alle Fälle, und wir sind ja hier wirklich bei Raid-Mounts, die eine sehr, sehr niedrige Dropschuss haben, also sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Deshalb gehen wir gleich weiter, und zwar zu Onyxias Hort. Das ist ein Boss-Raid auch wieder, befindet sich in Düstermarschen, also in Kalimdor, auf dem Kontinent Kalimdor. Onyxia einfach umlegen, Zügel des Drachen von Onyxia hoffen, getroppt zu bekommen, und weiter geht die Reise. Wichtig ist es halt hier, wie kommen wir auch hier wieder dorthin? Seid ihr Allianz-Spieler oder Hordespieler, ich würde euch empfehlen, einfach das Gebiet Uldum anzuporten, also das Portal in Orgrimma oder Sturmwind nach Uldum zu nehmen, und einfach in die Düstermarschen zu fliegen, wobei ihr als Hordespieler hier von der Hauptstadt Orgrimma natürlich in die Düstermarschen, gerade wenn ihr fliegen könnt, ja auch nicht sonderlich weit habt. Ein weiteres Rob of the Lich King Mount befindet sich im Raid Ulduar, und zwar müssen wir ein bisschen weiter runter scrollen, dann finden wir Mimiron's Kopf, ein sehr lustiges Mount, wie ich finde, aber so viele Spieler versuchen es nach wie vor vergeblich zu bekommen. Dafür müsst ihr den Boss Jogsaron besiegen, also auch hier, eigentlich ziemlich der letzte Boss, den ihr machen müsst, also abgesehen von Algalon, dem Beobachter. Ja, wie kommt ihr am besten zum Raid Ulduar hin? Dieser befindet sich wieder in Nordend, als Kontinent Nordend, auch hier wieder Portal in Orgrimma oder Sturmwind, direkt zum alten Dalaran im Kristallsanwald und in den Norden, in den nördlichsten Norden von Azoruf liegen, und zwar in den Sturmgipfel. Dort ist Ulduar der Raid, und ich habe euch hier noch ganz kurz aufgezeigt, wie der Eingang aussieht. Also ihr seht, der ist schon sehr pompös, den kann man gar nicht verfehlen. Natürlich wäre es auch praktisch für euch, wenn ihr zum Beispiel hier den Flugpunkt freigeschaltet habt, aber das gilt ja eigentlich für alle Raids, also so kommt ihr dorthin. Wie gesagt, den Boss Jogsaron legen und eben auf das Mount hoffen. Das letzte Raid hier aus einem Raid von Wrath of the Lich King kommt natürlich aus dem letzten und einem der coolsten Raids aus diesem Add-on, und zwar aus der Eiskronen-Zitadelle mit dem Lich King als End-Boss, höchstpersönlich, und auch der lässt das Mount droppen. Da müsst ihr wirklich alle Bosse durchmachen. Wichtig hierbei, es gibt hier schon Schwierigkeitsgrad-Stufen. Es gibt 10 Normal, 10 Hero, 25 Spieler Normal und 25 Spieler Hero. Seid sicher, dass ihr hier wirklich 25 Spieler Hero eingestellt habt, also rechts bei Charakter, Schlagzugsschwierigkeit, 25 Spieler Hero. Wenn ihr das nämlich nicht habt, droppt das Mount gar nicht. Es kann nur in der 25er Hero-Version droppen, und zwar sprechen wir von dem Raid hier unbesiegbar. Auch ein Mount, was so viele Spieler seit Jahren versuchen zu bekommen, immer wieder scheitern. Auch ich habe es leider noch nicht bekommen bis jetzt, trotz keiner Ahnung wie vieler Versuche. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Wichtig, wie gesagt, End-Boss besiegen. Das dauert ein wenig, weil die Eiskronen-Zitadelle doch nicht so klein ist. Ja, wie kommt ihr nach? Also zur Eiskronen-Zitadelle ganz einfach. Ihr seht schon hier, die ist auch wieder in Nordend. Ihr müsst wieder zum alten Dalaran, und vom alten Dalaran habt ihr es wirklich nicht mehr weit, denn das ist hier, wo ihr meinen Cursor seht, und die Eiskronen-Zitadelle ist hier. Ihr müsst einfach nur von Dalaran hochfliegen, einmal drumherum, damit ihr euch wirklich am vorderen Eingang hier befindet. Und dann, ich glaube, das kann man kaum übersehen, befindet sich hier der Eingang zum Raid. Wie gesagt, vorher einfach noch den Schwierigkeitsgrad auf 25er Hero-Stufe umstellen, denn sonst habt ihr gar nicht mal die Chance, dass der End-Boss überhaupt das Mount droppt. Ja, das nächste Add-On-Kataklysm beinhaltet auch ein paar Raid-Reittiere für uns, und zwar müssen wir dafür drei Raids gesamt durchlaufen. Den ersten, den wir aussuchen, ist der Thron der Vierwinte. Zwei-Boss-Raid. Der End-Boss Al-Akir lässt die Zügel des Drachen des Südwinds troppen. Auch ein sehr cooles Mount gibt es in mehreren Farbvarianten, und das ist eben die, die ihr hier bekommt. Hier ist es übrigens egal, welchen Schwierigkeitsgrad oder welche Spieleanzahl ihr gewählt habt, das Mount könnt ihr überall bekommen. Wie kommen wir zum Thron der Vierwinte hin, denn so heißt der Raid. Der befindet sich in Uldum, und das ist wirklich einfach zu erreichen, denn Uldum, dafür gibt es in Orgrimmar und in Sturmwind ein Portal direkt in das Gebiet von Uldum. Da startet ihr dann hier in Ram-Kahen, und ihr müsst dann bis zu meinem Spiele-Icon hier hochfliegen. Das ist relativ weit oben, wie ihr hier bei der Map sehen könnt. Und da ist auch schon der Eingang. Ja, gleich zwei Mounts befinden sich im nächsten Raid von Kataklysm, und zwar Feuerlande, heißt der Schlagzug, den wir jetzt betreten müssen. Hier haben wir zuerst den Boss Al-Azhar, denn dieser lässt die Flammenkralle von Al-Azhar droppen. Und dann müssen wir auch noch zum Endboss Ragnaros. Der hätte dann noch für uns das schwelende Ei von Milagasor. Ein mega, mega cooles Mount, wie ich finde. Auch hier, vergesst die Schwierigkeitsgrade, die Mounts können bei allen Schwierigkeitsgraden droppen, aber ihr müsst halt wirklich den gesamten Raid durchlaufen, denn Ragnaros ist der Endboss. Den Boss Al-Azhar könnte zwar etwas schneller machen, aber ihr wolltet euch hier natürlich beide Mounts holen. So, Feuerlande. Wo finden wir den Eingang zu diesem extrem coolen Schlagzug? Hier befinden wir uns wieder auf Kalimdor, wie ihr sehen könnt, und zwar im Gebiet der Hyal. Ganz einfach dort hinzukommen, gleich wie beim Raid Thron der Verwinde, gibt es ja ein Portal nach Uldum und für Feuerlande gibt es ein Portal in Orgrimma oder Sturmwind, das euch direkt zum Hyal bringt, und zwar zu Nordrassil, hier oben. Und ihr müsst einfach hier gehen, Süden fliegen in diese Lava-Pfütze, in diesen Lava-See und dort unten, ihr könnt es eigentlich schon sehr gut erkennen, befindet sich der Eingang zu den Feuerlanden. Ja, und gleich drei Reitziere holen wir uns beim letzten Raid aus Kataklysm, und zwar Drachenseele. Hier gibt es wirklich drei Drachenmauts für uns zu holen. Ich würde euch empfehlen, stellt direkt auf den Schwierigkeitsgrad heroisch, denn dann kriegt ihr alle drei Mounts, wenn ihr jetzt auf normal lauft, also egal welche Spieleanzahl, aber normalen Schwierigkeitsgrad, gibt es nur zwei Mounts zu holen. Bei Hero bekommt ihr eben gleich die Chance auf alle drei. Und zwar beim Boss Ultraxion gibt es das Mount Experiment 12b, also eine pink-türkise-gelbe Mischversion eines Drachen. Und beim Endbus Todesschwinges Wahnsinn gibt es gleich zwei Drachenzohlen, und zwar die erste Dame der Lebensbinderin, also die rote Version dieses Drachen, der sieht ja wirklich aus wie Alex Tarza selbst, und dann die Zügel des lodernden Drachen, also die etwas hellrotere Version. Ja, das sind die drei Drachen, die drei Mounts, die wir uns in Drachtseele holen. Wie kommen wir dorthin? Drachenseele befindet sich in den Höhlen der Zeit, und zwar in Tanaris in Kalimdor. Ohne jetzt lange nach Uldum zu porten, oder weiß Gott sonst wohin, gibt es von Orgrimma und von Sturmwitter aus ein Portal in die Höhlen der Zeit, also direkt hier, wo wir uns befinden. Die Höhlen der Zeit, ihr werdet oben hingeportet, müsst dann den ganzen Strudel da runterfliegen, bis ihr hier bei dieser riesigen Sanduhr seid, und da gibt es nämlich mehrere Dungeon- und Raid-Eingänge. Ich empfehle euch, diesen hier zu nehmen, wo die Bäumchen ein bisschen brennen. Da aufpassen, da gibt es auch wieder Dungeon-Eingänge, hier und hier, aber wir wollen diesen hier, wo es so ein bisschen bläulich türkis schimmert, denn da kommen wir ins, also in den Raid Drachenseele. Ja, die Reise unserer Raid-Mounts führt uns nach Pandaria zum nächsten Add-on. Auch hier gibt es ein paar Schlachtzüge mit Reittieren, und zwar beginnen wir mit dem Mogushan-Gewölbe. Hier gibt es ein Reittier zu holen, die Zügel der astralen Wolkenschlange, also eine astrale Form der Standard-Wolkenschlange, wie wir sie so holen können. Finde ich optisch extrem geil, fällt auch ein bisschen auf. Bekommen tun wir das Ganze vom Boss Elegon, das ist der vorletzte Boss, also nicht der letzte, der letzte ist der Wille des Kaisers, heißt, wir müssen zumindest nicht alle Bosse durchspielen, bis wir zum Mount kommen, beziehungsweise bis wir halt die Chance haben, das Mount zu kriegen. Wir sind hier im Kun-Lai-Gipfel auf der Insel Pandaria, und da geht es auch relativ schnell, denn es gibt von Orgrimma und Sturmwind ein Portal in das Tal der ewigen Blüten zu Pandaria, in einem Fall ist es der Schrein der zwei Monde oder eben der Schrein der sieben Sterne, je nachdem ob Horde oder Allianz, und von dort fliegen wir einfach nach Norden zum Kun-Lai-Gipfel. Auf der rechten oberen Inselseite könnt ihr dann den Raide-Eingang finden. Der Ganze ist so an einem Berg hineingebaut, also da müsst ihr mehr oder weniger über so ein paar Gipfel fliegen und hier befindet sich dann der Eingang. Im nächsten Raid, Ton des Donners, können wir uns gleich zwei Reitere gleichzeitig holen, und zwar müssen wir hier die Bosse Horidon besiegen. Hier gibt es die Ausgeburt von Horidon, also diesen Triceratum, sind so blau mit gelben, goldenen Streifen, und dann gäbe es noch den Boss Chikun, und dieser lässt Kralle von Chikun, also genauso wie der Boss aussieht, genauso wird euer Mount dann auch aussehen. Diese zwei Mounts könnt ihr eben hier bekommen. Ton des Donners auch wieder Schwierigkeitsgrad völlig irrelevant, auf alle Fälle zwei Mounts, nicht mal der Endboss hat sie, sondern einfach so zwischendrin die Bosse halt mal. Ja, wichtig ist es, wie kommen wir jetzt zum Thron des Donners? Denn diese liegt zwar in Pandaria, auf der Insel des Donners, ganz links oben in Pandaria, aber wenn ihr das erste Mal dorthin reist, dann schafft ihr es nicht, weil Portale gibt es dahin nicht mehr am Anfang. Ihr müsst zuallererst die Tonlong Steppe erreichen, dort hier bei der Shadowpan Garnison, bei dem Flugpunkt Shadowpan Garnison, ist für Horde und Allianz total dasselbe. Hier müsst ihr eine Quest annehmen, wo ihr dann zur Insel des Donners mehr oder weniger automatisch hinfliegt und dort müsst ihr dann an der Insel des Donners, startet ihr hier unten und müsst dann hochreiten, fliegen geht auf dieser Insel nicht und ja, wie ihr nach Pandaria kommt, ist sowieso schon klar, nehmt das Portal in Orgrimma und Sturmwind wieder, ins Tal der ewigen Blüten und dann geht es direkt zur Insel des Donners. Und der letzte Raid in Pandaria, den wir hier besuchen müssen, Eschlacht um Orgrimma, ist der Raid mit den allermeisten Bossen von allen Raids, also da müsst ihr leider den Endboss Garosch-Hölschrei besiegen, um an das Mount zu kommen. Hier besonders wichtig, stellt hier auf den Schwierigkeitsgrad mythisch, denn auf Hero ist kein Mount vor Ort oder auf Normal oder LFR. Auf mythisch stellen, wie gesagt, wieder links oben beim Charakter-Icon und beim Endboss gibt es dann Koloss, der Korkron für euch. Also diese Metall-Panzer-Version eines Skorpions ist auch ein Mount, was man sich unbedingt holen sollte, aber der Endboss lässt es halt liegen und da kommt man nicht drum herum, da muss man einfach den ganzen Raid durch. Wie kommen wir dorthin? PS, ich muss mich entschuldigen, bei den anderen Pandaria-Portalen beziehungsweise bei den anderen Pandaria-Raids, wenn ihr die Portale von Sturmwind oder Orgrimma nehmt, kommt ihr in den Jade-Wald, nicht Tal der ewigen Blüten, das tut mir leid, das ist der Jade-Wald und auch hier wird es so sein, nehmt das Portal von Sturmwind und Orgrimma nach Pandaria, dann kommt ihr in den Jade-Wald und in dem Fall müsst ihr in das Tal der ewigen Blüten fliegen und relativ im Zentrum, ja gut, nicht ganz im Zentrum, da ist der Mogushan-Palast und eigentlich dort oben ist der Palast, wie ihr hier sehen könnt und dort unten, also ich befinde mich jetzt hier direkt vom Eingang, müssen wir eigentlich da runter und dort unten, ihr seht schon den Kreis, da ist der Eingang zu Schlacht und Orgrimma. Ja, im nächsten Add-On-Walds-of-Trainer holen wir uns zwei Mounts und zwar zuallererst gehen wir in die Schwarzfelsgießerei, kümmern uns dort um den Endboss, um Schwarzfaust höchstpersönlich und wenn wir viel Glück haben, holen wir uns hier den Eisenhof-Zerstörer, auch ein extrem cooles Mount, auch hier wieder aufpassen bitte, ihr müsst den Schwierigkeitsgrad mythisch eingestellt haben, um an das Mount zu kommen, NHCHC gibt es das Ganze nicht, ist auch noch alleine machbar, weil Drainer liegt ja doch schon wieder ein, zwei Add-Ons zurück und wie gesagt, auch alle Bosse erledigen, direkt zur Schwarzfaust hoch und halt probieren, das Mount zu bekommen. So, wie kommen wir zur Schwarzfelsgießerei, da müssen wir ins alte Drainer oder ins alte neue Drainer, je nachdem, wie man es jetzt sieht, jedenfalls habt ihr noch keinen Garnisonsruhestein, den solltet ihr aber eigentlich haben, verwendet ihn, dann kommt ihr nämlich ins Schattenmontal oder in den Frostfeuergrat, je nachdem, ob ihr Horde oder Allianz spielt, eben zu eurer Garnison und fliegt dann nach Gorgron und solltet ihr eben den Stein nicht haben, könnt ihr immer noch das Portal in Sturmwind oder Orgrim annehmen, das euch nach Ashran bringt und eben von dort nach Gorgron fliegen. Das zweite Mount in Wallets of Drainer und somit auch das letzte in diesem Add-On, das wir uns probieren zu holen, liegt in der Höllenfeuer-Zitadelle, also im letzten Raid von Wallets of Draenor. Auch hier wieder Schwierigkeitsgrad mythisch, ganz wichtig, Endboss besiegen, auch hier müssen wir den Raid komplett durchlaufen, für den Teufelsstahl-Vernichter, auch ein extrem cooles Mount, wie immer die Dropschuss halt natürlich sehr niedrig. Gut, der Raid, Höllenfeuer-Zitadelle, der zieht sich ein bisschen, gerade der erste Boss ist einfach, weil wir mittlerweile so überstark sind, dauert der einfach ewig, also da muss man ein bisschen Geduld mitbringen, ist aber alles machbar, keine Sorge, nehmt euch einfach ein paar Leute mit, dann geht es immer schneller, wie ihr wisst. Und der Raid, Höllenfeuer-Zitadelle, der liegt im Tanan-Dschungel und dieser ist auch wieder über die Garnison zu erreichen, also Garnisonsruhestein nehmen und eben von der Allianz Schattenmontal oder von der Horde Frost vorher gerade in den Tanan-Dschungel fliegen. Und worst case könnt ihr ja immer noch das Portal von Sturmwind oder von Orgrim einnehmen, das euch nach Aschran bringt und eben rüber zum Tanan-Dschungel. Die Höllenfeuer-Zitadelle, die ist wirklich kaum zu übersehen, das ist dieser eine riesige, verderbte Festungsbrocken, der da mitten im Gebiet rumsteht, einfach vorne rein, hier seht ihr eh schon den Eingang und probiert das Mount zu holen. Ja, weiter geht es mit dem Addon Legion, auch hier eine Menge cooler Mounts, die auf uns warten in den Raids. Wichtig, Legion ist jetzt ja momentan noch das zweitneueste Addon, wenn Shadowlands rauskommt, ist das natürlich was anderes, aber bis jetzt braucht ihr in Legion für die Raids doch noch vier, fünf, sechs, sieben Spieler, sage ich jetzt mal. Alleine könnt ihr das Ganze natürlich auch schaffen, aber es würde sich extrem ziehen. Ich empfehle euch daher, nehmt da wirklich ein paar Kollegen mit, um die Mounts zu jagen. Die Dropshusse ist ja sowieso für jeden dieselbe, also damit ihr da nicht euch um das Mount streiten oder sowas, aber alleine ist es momentan erstaunt noch etwas tricky. Wir fangen an bei der Nachtfestung, denn hier gibt es zwei Mounts, die sehen zwar relativ ähnlich aus, aber farbtechnisch unterscheiden sie sich ein bisschen. Ein Mount gibt es in NHCHC und in Mythisch gibt es dann eben das NHCHC-Mount ebenfalls und noch dazu das Mythische, weil in NHCHC könnt ihr nur den lebenden Höllenkern abschauben. Extrem cooles, dämonisches Mount. Dieses Mount gibt es aber eben auch hier in der mythischen Variante. Nur in der mythischen gibt es zusätzlich noch den dämonischen Höllenfeuerkern, also noch ne coolere Variante wie das Grüne, finde ich optisch noch geiler, dieses brennende, flammende Rot, also mir gefällt es extrem gut. Für euch zur Info, beide Mounts droppen beim Endboss Gul'dan, das heißt ihr müsst komplett durch den Raid durch. So, wie immer das Übliche, wie sieht es bei den Maps aus, wir müssen auf die verheerten Inseln, da haben wir eigentlich, wenn wir soweit gelevelt haben, immer einen Ruhestein ins Dalaran von Legion eben, also hier und dann müssen wir uns in das Gebiet Suramar begeben. In Suramar selber wird der Schlagzug hier in der Stadt angezeigt. Der Schlagzug selber befindet sich aber nicht hier oben, so wie es jetzt vielleicht auf der Map nicht ersichtlich ist. Ihr müsst da eigentlich hier reinfliegen und dann geht es eine Weile nach unten, damit ihr das auch wirklich seht. Ich habe am Anfang ewig nach der Nachtfeste gesucht, wo wir Raiden waren und das war ziemlich peinlich, denn alle anderen Spiele haben schon auf mich gewartet und ich habe einfach ewig gebraucht, bis ich da mal, ja, bis ich da mal nachgekommen bin. So, merkt euch den Weg, den ich hier laufe, denn sonst findet ihr den Raid-Eingang eigentlich nicht. So, da geht es dann immer tiefer in die Katakomben runter und wenn ihr dann halt unten angekommen seid, findet ihr den Eingang, denn ihr fangt eigentlich in den Katakomben an zu raiden. Das sind die ersten Bosse der Nachtfestung, die ihr machen müsst und wenn ihr das erledigt habt, wünsche ich euch viel, viel Glück bei Gul'dan, dass ihr endlich dieses Mount oder diese Mounts bekommt. So, das nächste Mount, das wir uns holen wollen, befindet sich im Grabmal von Sageras, das ist der nächste Raid dann. Hier gibt es ein einziges Mount und das ist wiederum egal, welcher Schwierigkeitsgrad ihr lauft, sprich Schlachtflugsbrowser, NHC, HC, mythisch, ganz, ganz egal. Wir wollen uns nämlich hier den Kluftwurm holen und diesen gibt es nämlich schon beim dritten Boss, das heißt, da könnt ihr euch eigentlich eine Menge Weg ersparen, das heißt, wir wollen eigentlich hier nur zur Herrin Sazine, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, wo ist sie denn? Ah da, jetzt habe ich sie gar nicht gefunden. Diese lässt den Kluftwurm droppen, egal in welchem Schwierigkeitsgrad und wenn ihr zum Grabmal wollt, ganz einfach, auch hier wieder das Dalaran der verhehrten Inseln, also eben das, den Ruhestein nehmen von Dalaran, euch in die Stadt begeben und dann runterfliegen, hier an die verhehrte Küste und der Raid Eingang, ich würde mal meinen, der ist wirklich sehr einfach zu finden. Ja und beim letzten Raid Anthorus, der brennende Thron, bekommen wir gleich wieder zwei Mounts oder wir können probieren, zwei Mounts zu holen und zwar, ich würde empfehlen, stellt auch wieder direkt die mythische Schwierigkeitsgrad, Stufe ein, denn dann habt ihr die Chance, bei zwei Bossen die Mounts zu holen und zwar bei dem zweiten Boss, bei den Teufelshunden von Sageras, bekommt ihr den Anthorischen Aschehund, den gibt es zwar in allen Schwierigkeitsgraden, aber ich würde euch empfehlen, mythisch zu laufen, denn dann könnt ihr euch beim Endboss, bei Argus, dem Zerrütterer, gleich das zweite Mount holen und zwar den gefesselten Ursul und da ist es ziemlich, das erste Mal, wo ich selber sagen muss, gut, das ist ein Geschmacksmount, denn man muss es wirklich mögen, meinen, ja meinen Geschmack trifft es nicht, vor allem, wenn man bedenkt, dass es das Endboss Mount ist, vom letzten Raidboss eines Addons, da hätte ich mir persönlich etwas, bisschen was anderes erwartet, aber jeder, jedem halt das Seine, wer sammeln will, der will sich auch dieses Mount hier holen, ja das sind die zwei Mounts von Anthorus und wie kommen wir jetzt zu Anthorus selber, denn Anthorus Anthorus befindet sich auf dem Planeten Argus und diesen erreichen wir über ein Portal in Dalaran, also wenn wir da wieder rausgehen, in Dalaran selber, hier beim Grasus Landeplatz gibt es das Argus Portal, das bringt uns dann eben dorthin und in Argus selber wieder gibt es drei Gebiete, Mechary, Krokun und die Antorische Ödnis und zur Antorischen Ödnis müssen wir hin, da kann man übrigens nicht fliegen, da muss man dann einfach hinreiten bis zum Raid-Eingang, der ist ja eigentlich auch sehr leicht zu finden hier an diesem Teufels-Sumpf da, oder Teufels-See, hier ist der Eingang. Ja, die momentan aktuellen Add-On Battle for Azeroth gibt es zwar auch noch Mounts zu holen, also in Raids, diese haben auch noch ein bisschen höhere Dropshows, einfach deshalb, weil es sich hier halt um den aktuellen Content handelt, um das aktuelle Add-On, da ist es dann ein bisschen einfacher, die Mounts zu bekommen, aber wenn ihr dafür halt den aktuellen Raid oder die aktuellen Raids laufen müsst, dann braucht ihr wirklich eine professionelle Gruppe, wenn ihr die Mounts nur so sammeln möchtet, aber einfach die Erfahrung noch nicht habt, würde ich euch empfehlen, wartet bis das Add-On Shadowlands rauskommt und dann macht ihr halt das ganze gleich wie jetzt bei Legion, ihr sucht euch 5-6 Spieler und lauft das gemütlich durch. Ich zeige euch jetzt schnell, was es gibt und zwar in der Schlacht von Dazalor gibt es erstmal den eisigen Gezeitensturm, richtig geiles Mount. Momentan ist es noch ein fixer Drop pro Run, also jedes Mal, wenn wir den End-Boss-Chainer Pracht mehr besiegen, dann droppt das Mount. Dann haben wir noch G-Mod, also zum eisigen Gezeitensturm noch, Entschuldigung, wenn eben dann Shadowlands rauskommt, dann sinkt die Droprate gleich wie bei den anderen Raid-Mounts, wie wir es halt gewohnt sind bei alten Add-Ons, ganz, ganz, ganz weit nach unten, das heißt, da müsst ihr dann extrem viel Glück haben, das Mount zu bekommen. So, G-Mod ist das nächste Mount, das habe ich glücklicherweise sogar mal selbst mitbekommen, auch wieder mal was ganz Eigenes, ich finde es aber trotzdem irgendwie cool, irgendwie passend, aber da müsste ich wohl eher ein Goblin spielen oder so, dass das dann auch irgendwie zusammenpasst zu meinem Magier, finde ich es jetzt nicht zu passen. Ja, und sonst gibt es eigentlich nur noch bei Nür Lothar die erwachte Stadt, also der End-Content-Rate vom aktuellen Add-On-BFA, gibt es noch den Allseher von Nür Lothar, also dieses glupschige Tentakel-Quallen-Dings da, in lila, mit orangen Augen, auch wieder eine Geschmackssache, mir persönlich gefällt es jetzt nicht so, muss ich auch wieder sagen, da gab es in den, wenn ich jetzt den eisigen Gezeitensturm nehme von dem zweiten Raid, kann man das mit dem Mount gar nicht vergleichen, finde ich, aber das ist persönliche Meinung, ich denke, vielleicht habt ihr schon das eine oder andere Mount gesammelt, ich wünsche euch ganz viel Glück, Leute, macht's gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich bin jetzt bewusst nicht jeden Raid durchgelaufen, hätte ich ewig gebraucht für das Video, ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Glück, viel Spaß, bis dahin, macht's gut, euer Trady Killess.